Es werde Licht. Hast du ein Messerblock? Alter, voll von Effekten dieses Videos, der Wahnsinn, wirklich. Licht an, Gas aufdrehen und Grill-Sporten, wa? Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr da seid. Wir zeigen euch heute das ultimative Grilled Cheese Sandwich. Also, ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es verdammt kalt ist hier auf der Dachterrasse. Warte mal. Das ultimative Grilled Cheese Sandwich braucht meiner Meinung nach in erster Linie Käse. Ich habe hier einen jungen Gouda in Scheiben und ich habe geriebenen Mozzarella. Das hat auch einen Grund, warum wir genau diese Käsesorten gewählt haben und warum es junge Käse sind. Ich habe gegoogelt, welcher Käse zieht eigentlich ultimativ viele Fäden und deswegen sind wir auf diese jungen Käsesorten gekommen. Denn diese jungen Käsesorten haben noch viele nicht abgebaute Eiweiß Fäden, längere Eiweiße. Habt ihr das gewusst? Die einfach dafür sorgen, dass dieser Käse so richtig schön den ihr macht. Wie auf der Pizza. Wir haben hier einen Mozzarella gerieben und einen jungen Gouda. Natürlich hat ein gereifter Käse mehr Power, aber dieser Käse zieht mehr Fäden. Mehr Fäden? Dieser Käse zieht mehr Fäden. So, das wollte ich sagen. Ich freue mich einfach aufs Essen heute. Ich will das weglassen. Macht genau so weiter. Ich lasse die Kamera bei euch. So, Pfanne liegt jetzt im linken Bereich. Wir haben hier links die beiden Brenner aus dem mittleren und dem linken Vollgas aufgeheizt. Die Gusspfanne wird jetzt auch ein bisschen vorheizt. Ich mache den Deckel auch nochmal drauf. Und als erstes werden wir jetzt unseren Bacon auslassen. Da liegt das. Ich kann euch sagen, wenn wir diesen Bacon komplett ausgelassen haben, werden wir eine so hohe Schicht Fett da drin haben. Das wird reichen, um Zwiebeln, Knoblauch und Sandwiches da drin zu putzen. Also ich fasse ganz kurz zusammen. Wir haben viel Käse, wir haben Knoblauch, Toastbrot, wir haben viel Geschmack durch Fett, wir haben Bacon. Ich glaube, es kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, let's go. Ich nehme jetzt schon mal den Bacon und lege den in eine Pfanne. Die Pfanne muss auch noch nicht richtig heiß sein, weil ich will den Bacon ja nicht braten am Anfang. Ich will erstmal Fett auslassen. Das geht am besten, wenn die Pfanne noch nicht so heiß ist. Und danach wird er da noch knusprig. So, ich schneide parallel noch mal ganz kurz Zwiebel in Ringe. Ich finde Ringe persönlich ziemlich gut. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Team Ringe oder Team Klößchen, hätte ich mal gesagt. Wie heißt das denn normalerweise? Er findet Ringe in erster Linie gut, weil er da nicht viel für machen muss. Das ist der Punkt. Nein, ich bin absolut Team Ringe. Das schmeckt viel besser. Naja, so ein Männbrötchen morgens. Eine fein gehackte Zwiebel in einer Speise, das geht gar nicht. Ringe schmeckt viel besser. Team Würfel oder Team Ringe? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ich bin hier absolut Team Ringe. Guck mal. Das müssen ja auch besondere Ringe sein. Da kannst du nicht mit einfach irgendeinem Ring kommen. Habt ihr das eigentlich schon mal gesehen hier? Grill, Cut, Eat, Repeat. Haben wir extra bauen lassen. Wenn dieses Video rauskommt, kann ich euch noch nicht mal versprechen, dass ihr auf Lager sind, weil ihr immer zu schnell seid. Also im besten Fall sind sie schon wieder auf Lager. Ansonsten einfach noch mal die nächsten Tage reingucken. Also ich rechne damit, dass sie jetzt Mitte Januar geliefert werden. Also wir haben jetzt hier Zwiebeln in Ringe geschnitten und Knoblauch in so Dinger geschnitten. Das kommt einfach nur mit in die Butter da gleich rein. Guckt euch mal den Bacon an. Ich finde diese, wie hat man das denn? First-person-Shooter-Cam. Die finde ich großartig. Wo du unscharf bist. Wer ein Sandwich in einer Pfanne macht und will, dass der Käse schmilzt, sollte darauf achten, dass diese Pfanne nicht zu heiß ist. Denn dann wird das Toastbrot, Julian, sehr schnell dunkel und der Käse ist noch kalt. Dann kann der auch nicht schmilzen und fehlen sehen. Das war ein Toastbrot-Argument. Das Argument lasse ich durchgehen. Das ist ja das, was ich bei Hannes so gut finde. Der ist immer sehr ehrgeizig, sehr motiviert. Der strengt sich richtig an, Mistler, der geht so rein. Auch beim Baconhaus. Selbst die schwersten Aufgaben meisterte er mit Bravour. Und bei mir stand früher bei einem Zeugnis drin, wie war es nochmal, Arbeits- und Sozialverhalten entspricht den Erwartungen. War das nicht so? War das nicht sowas wie... Ich bin es bemüht. Genau, ich bin es bemüht. Zwiebel. Zwiebel jetzt, ja. Wie gesagt, Baconfett ist hier auf jeden Fall genug drin für die Zwiebel. Die kann genau da rein. Ah, die knistert auch schon ein bisschen. Ja, natürlich, Julian. Das ist perfekt von der Hitze. Perfekt! Dann kann der Knoblauch auch schon dazu, oder? Nee, den Knoblauch machen wir gleich zum Toast dazu. Da bin ich mit meiner Sache sicher. Es gibt eine Sache, wo ich mir auch sehr sicher bin. Und zwar, wenn es so riecht. Wenn du Zwiebeln in die Pfanne haust, dann riecht es immer so, als wäre es perfekt gekocht. Du kannst nichts mehr falsch machen, oder? Ich bin für die Zwiebeln zuständig gewesen. Und ich sage euch, Team Ringe, da sieht man es wieder. Auch da ist mehr Volumen in der Pfanne. Mit so kleinen Stückechen wäre da gar nichts. Alter, das ist nicht dein Ernst? Wir brauchen leider was, Alex. Kannst nicht. Sorry. Wollen wir an die Zwiebeln ein bisschen Magic Smoke gleich noch machen, dass sie so ein bisschen Farbung, ein bisschen Gewürz kriegen? Ja. Übrigens, Magic Smoke ist eine verdammt leckere Gewürzmischung. Das ist die beste Kamera überhaupt. Guck mal, wie viel Geschmack da hat. Das sieht man schon. Wie viel Geschmack in so einer Zwiebel drin sein kann, Leute. Ich mache das mal ganz genüsslich hier, damit ihr auch Hunger bekommt. Oder? Mhhh, da ist Geschmack in der Zwiebel. Ihr seht, die sind jetzt schön glasig und haben Geschmack. Konzentrierter Geschmack. Hier ist jetzt Knoblauch, Öl und noch ein paar Reste von den Gewürzen drin. Mhhh, jetzt nochmal den Deckel schließen. Hier riecht es auch schon wieder fantastisch. Also Knoblauch, Zwiebel gilt immer. Ich habe gestern ja Einkaufsliste geschrieben und deine Aussage war, hol mal lieber 20 Scheiben. Ich habe die doppelte Menge. Ich hätte nochmal so eine Menge. Du hast mir gesagt, da muss so dick Käse drauf. Viel Erfolg. Das hier wird mein Sandwich, was wir hier sehen. Ja, und dann können wir ja mal vergleichen, welches das Bessere war. Und das will ich auch in der Abstimmung nachher sehen, dass man auf jeden Fall herauserkennt, dass meins der Schönere war. Guck mal, hier. Guck mal, das bisschen Käse ist kein... Ja, ich wollte das sagen. Das kann nichts werden. Die ist bisschen da. Julian ist ein kompletter Sandwich-Amateur, stell dich fest. Kann ich jetzt auch mal den Privat-Käse von dir haben? Ja. Ach guck mal, das ist nämlich Profi-like. Anquetschen. Das wird nichts, Hannes. Doch. Dieses Sandwich soll ein Päumchen. Alex, sei ehrlich. Du hast Vertrauen bei mir, oder? Meine Prognose, bei Hannes wird da nichts rauslaufen. Das wird kein Käsesandwich, sondern eher ein Zwiebelsandwich. Und bei Julian wird es ein Käsesandwich, das sehe ich jetzt schon. Ey, ich will nicht die Pfanne voll Käse haben, ich möchte nachher Käse essen. Das soll da rauslaufen. Guck bitte hin. Das ist ein Cheese-Sandwich. Das hier ist ein Cheese-Sandwich. Drückst du jetzt auch an? Nein, das machen nur die Amateure. Ein bisschen hier. Ich werde jetzt mein Sandwich auflegen und ich schätze von jeder Seite, je nach Temperatur, so drei Minuten grillen ungefähr. Drei Minuten, damit es schön braun wird. Vielleicht vier und der Käse muss halt zerlaufen, das ist wichtig. Deswegen auch gut andrücken. So. Ich will nichts hören, aber guck bitte mal. Oh yeah. Der sieht doch jetzt schon richtig gut aus. Oh, da kommt der Fotomann, der klaut schon wieder Sachen. Oh, oh, oh. Das war nicht der Fotomann. Das ist der Hampelmann. Das ist der Kameramann. Das ist Hannes. Ach, Mann. Wir haben eben eine Diskussion geführt, ob dieses Sandwich braun wird. Julian hat gesagt, die Pfanne ist zu kalt, viel zu viel Öl, das wird nur so gelb und nicht schön braun. Ich prognostiziere, dass dieses Sandwich schön braun wird. Achtung, ich drehe. Wir haben einen Brenner mehr angemacht. Ach so. Mensch, sieht das gut aus. Okay. Das sieht geil aus. Okay. Na ja Hannes, das Battle ist ja auch, wer macht das schönere Käsesandwich. Da würde ich auch gar nichts mehr hören. Sein sieht lächerlich aus. Das sieht fantastisch aus. Ganz kurz. Weißt du, welches Sandwich es ist? Ne, welches sieht besser aus in deinen Augen? Ich weiß ja, dass das hier Julian's ist. Ach so. Er ist gerade selber umgedreht. Ja, genau. Okay, warte. Wir machen den Countdown und dann geht's los, würde ich sagen. Drei, zwei, eins. So, Freunde. Wir haben einen klaren Sieger gefunden, was der laufenden Käse angeht. Und ich kann euch jetzt sagen, woran es liegt, wenn man zu viel Füllung rein macht, dann schmilzt der Käse einfach nicht komplett. Es gibt Dinge, die werde ich nie verstehen, warum er immer recht hat. Aber jetzt mal im Ernst. Bitte. Das sieht doch trotzdem viel leckerer aus, oder nicht? Wenn ich noch eine Sekunde mehr gewarnt hätte, wäre es perfekt gewesen. Ich war zu ungeduldig. Folgendes, bevor ich jetzt reinbeiße. Wir haben vor kurzem ein Big Mac Sandwich gemacht. Und das sollt ihr auf jeden Fall nochmal auschecken. Verlinke ich euch hier unten. Und jetzt beiße ich rein. Ihr könnt euch vorstellen. Das wird mir sicher sehr geil schmecken. Daumen hoch, nicht vergessen. Die einfachsten Rezepte sind die besten. Wirklich so. Wirklich so. Wirklich so.